Und es stürzt. Ich war da, wo ich im Sommer viel unterwegs war mit dem Krückenen, also mit verschiedenen Stöcken. Aber das geht schon. Also man ist ja ein bisschen langsamer, aber ich bin jetzt dankbar. Bei der Kälte stürzen ist nichts. Jetzt ein bisschen Latein. Non intergum cate. Das habe ich mir nicht vorgeschrieben. Also ich spreche aus dem Hut. Ich übe noch ein bisschen. Das haben wir immer gesagt. Das ist ja nicht aus der Bibel. Ich wiederhole. Non intergum cate. Non heißt ja nicht. Das weiß jedes Kind. Intergum. Atergo weiß auch jeder. Atergo. Also was ist? Intergum ist Akkusativ. Also hinein würde das heißen. Jetzt kommt jemand, den ich kenne. Ah Birgit, ich spreche noch gerade. Lass dich nicht stören. Non intergum cate. Jetzt kommt eine Person, die ich kenne, aber ich habe Datenschutzbeiträge. Und Atergo weiß auch jeder. Das wäre jetzt Dativ oder Applativ. Und jetzt ist nichts passiert. Ich bin nicht umgefallen. Da bin ich sehr dankbar. Und gucke dann, La Grande Nation, das Endspiel kommt jetzt gleich. Und wenn man vorher die Pflicht erfüllt hat, Therapieplan, dann kann man es auch genießen. Das darf man auch. Ein halbes Jahr nach dem ersten Schlaganfall und Atergo, gucken Sie ja nach, so wie ich Sie kenne beim Google Maps, darf man das nachgucken. Und wenn einer evolutionär bedingt, ist ja der Ausdruck, das hat jeder verstanden. Nur die Mädels haben das nicht verstanden. Die Herren, die da saßen in der Runde, La Butaia, das ist spanisch. La Butaia ist, glaube ich, spanisch. Ja, spanisch ist so ähnlich, aber das kann ich mir jetzt nicht mehr so genau in Erinnerung rufen. Und die beiden Sendungen, ich habe noch Zeit. Das eine war ja aus dem Brunnerwirt, da hat Söder dauernd gesprochen. Das habe ich schon kommentiert. Das ist ja gar nicht meine Denkrichtung. So ganz falsch war es ja nicht. Ein Demokrat, für mich ist es ein Demokrat. Also wer mit der AfD Schwierigkeiten hat, ist für mich ein Demokrat. Das ist klar. Aber zweitens, der Presseclub, internationaler Frühschoppen, vom Phoenix. Erst habe ich gedacht, die sagen alle das Gleiche. Das hat aber nicht gestimmt. Also der vom Standard rechts hinten, jetzt muss ich doch husten, den Namen habe ich vergessen. Der war eigentlich am besten wegen dem Krieg und so. Und Energie und jetzt ist es kalt. Jetzt muss ich ja tatsächlich mal husten und dann später mehr. Und tschüss.